Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Standard-Normalverteilung. Die Normalverteilung ist die wahrscheinlich wichtigste Wahrscheinlichkeitsverteilung für stetige Zufallsvariablen, weil sie als Modell oder als Annäherung für ganz viele Größen gut funktioniert, die uns im wahren Leben begegnen, insbesondere auch in den Wirtschaftswissenschaften. Dazu schauen wir uns in nachfolgenden Videos noch ein paar Beispiele an. Hier wollen wir uns mit einem Spezialfall dieser Normalverteilung beschäftigen, nämlich der sogenannten Standard-Normalverteilung, bei der der Erwartungswert 0 und die Varianz 1 ist, wo also diese beiden wichtigen Kennzahlen standardisiert sind. Und damit wollen wir zunächst einmal anfangen zu rechnen. Dafür schauen wir uns als allererstes die Definition der Dichte der Standard-Normalverteilung an. Die ist gegeben durch 1 durch Wurzel aus 2 mal Pi mal e hoch minus x² halbe. Wenn wir die entsprechende Kurve abtragen, hat die so eine Glockenform, wird auch manchmal Gauss'che Glocke genannt, nach Karl Friedrich Gauss, dem Mathematiker, der also wichtige Eigenschaften dieser Normalverteilung hergeleitet hat. Hat also eine große Wahrscheinlichkeit, irgendwo in der Mitte rund um den Erwartungswert zu sein und eine niedrige Wahrscheinlichkeit in den Rändern. Wie funktionierte dann nochmal genauso eine Dichtefunktion? Das war also so, dass die Fläche unter dieser Dichtefunktion der Wahrscheinlichkeit entsprach. Wenn wir also hier eine Zufallsvariable, nennen wir sie z, haben, die standardnormal verteilt ist und interessiert sind daran, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die kleiner gleich 1 ist, müssen wir diese Fläche berechnen, müssen also ein Integral ausrechnen. Und das Symbol, was wir dafür dann verwendet haben, ist normalerweise ein Groß-F für die Verteilungsfunktion und hier verwendet man dann ein Großes Phi. Weil eben Verteilungsfunktion und Dichtefunktion der Standard-Normalverteilung so wichtig sind, erhalten sie in vielen Lehrbüchern ein eigenes Symbol, eben das kleine griechische F, das Phi für die Dichtefunktion und das Groß-Phi für die Verteilungsfunktion. Und diese Fläche wäre dann also die Verteilungsfunktion an der Stelle 1. Das haben wir hier auch nochmal formal hingeschrieben, dass eben eine Zufallsvariable z genau dann standardnormal verteilt ist, wenn die Wahrscheinlichkeit, in einen Intervall von a bis b hineinzufallen, dem Integral über diese Dichtefunktion entspricht. Und das ist dann also die Differenz der Stammfunktion an den beiden Enden und die Verteilungsfunktion ist ja genau eine der Stammfunktionen für die Dichtefunktion. So weit, so gut. Problem dabei ist nur, dass diese Verteilungsfunktion, mit der wir die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen können, keine so einfache Darstellung hat wie die Dichte. Die war ja im Wesentlichen e hoch minus x² halbe mit einer geeigneten Skalierung. Und die Verteilungsfunktion, das Integral davon, hat jetzt aber leider keine so einfache Darstellung, dass sie e hoch irgendwas ist, sodass man sie leicht zum Beispiel auch mit einem Taschenrechner ausrechnen könnte. In der Praxis ist das kein Problem. Da verwendet man Computerprogramme, die alle spezielle Prozeduren für die Verteilungsfunktion implementiert haben. Das werde ich dann gleich auch nochmal mit unserem Statistik-Software-Paket R herzeigen, wie man das nachrechnen kann. In Lehrveranstaltungen ohne Computer kann man das mit dem Taschenrechner nicht nachrechnen, weshalb dort dann häufig Tabellen für die Verteilungsfunktion verwendet werden. Das zeige ich in einem der nachfolgenden Videos. Als Illustration, was man denn da und wie man das ausrechnen kann, nehmen wir hier ein einfaches, abstraktes Beispiel her. Wir haben also hier eine standardnormal verteilte Zufallsvariable, die genau diese Dichte nun hat und uns interessiert die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche standardnormal verteilte Zufallsvariable zwischen minus 2 und 1 fällt. Wir möchten also diese Fläche dazwischen ausrechnen. Dafür berechnen wir zunächst mal die Wahrscheinlichkeit, dass sie links von der 1 liegt und das ist phi von 1 und wenn man dafür eine geeignete Software oder Tabelle zur Verfügung hat, kann man nachschauen und sehen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine standardnormal verteilte Zufallsvariable einen Wert von 1 oder kleiner annimmt, die ist etwa 84,1%. Davon müssen wir dann noch abziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie links von der 2 liegt, das ist etwa, links von der minus 2, Entschuldigung, das ist etwa 2,3% und die Differenz ist dann die Wahrscheinlichkeit eben in dieses Intervall dazwischen zu fallen. Und das sind dann 84,1 minus 2,3% in etwa 81,8%. Dann schauen wir uns einmal an, wie man das in der Praxis mit einem Softwarepaket nachrechnen kann und dafür werde ich hier eben R verwenden. Ich habe mir als erstes hier mal die Dichtefunktion phi definiert, 1 durch Quadratwurzel, Square Root von 2 mal Pi mal e hoch minus x² halbe und wenn ich jetzt die Kurve für diese Dichte phi von minus 3 bis 3 zeichne, bekommen wir eben genau diese Glockenkurve, die wir eben auch auf den Folien gesehen haben. Und phi ist dann eine Funktion, also die Dichte an der Stelle 0 ist zum Beispiel 0,4. In R hätten wir das gar nicht definieren müssen. Es gibt auch eine fertig vordefinierte Funktion, die nennt sich d-Norm für Dichte der Normalverteilung. Wenn ich da die Kurve male, bekommen wir das Gleiche. Es steht dann halt auf der x-Achse, auf der y-Achse als Beschriftung nur d-Norm von x und wenn ich dann diese Dichte an der Stelle 0 auswerte, bekomme ich genau den gleichen Wert wie vorher. Und die Dichte ist dabei nicht die einzige Funktion, die vordefiniert in R ist, sondern es gibt auch die Funktion p-Norm für die Verteilungsfunktion, die Probability aus der Normalverteilung, sprich unsere Funktion Groß phi von x. Also p-Norm an der Stelle 0 beispielsweise ist 0,5, weil 50% links von der 0 und 50% rechts vom Erwartungswert 0 liegen, bei dieser symmetrischen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und so kann ich dann eben auch die Wahrscheinlichkeitsverteilung an der Stelle 1 ablesen. Das waren diese 0,841 und hier sehen wir, da kommen noch ein paar Nachkommastellen hinzu oder wenn wir es an der Stelle minus 2 ausrechnen, sind das in etwa diese 2,3%. Um zu zeigen, dass das auch wirklich integral ist, könnten wir jetzt auch integrieren über diese D-Norm-Funktion und könnten sagen, wir sind naiv und gehen wirklich von minus und endlich bis zur 1 und bekommen dann auch da diese 0,841 und so weiter. Und wir sehen, wir bekommen auch fast den gleichen Wert wie hier oben. Wir bekommen einen relativ großen Fehler, 10 hoch minus 5. Der ist deshalb so groß, weil beim numerisch Integrieren von minus und endlich weg, das ein bisschen schwierig ist für den Computer, wenn wir hier bei minus 100 beispielsweise angefangen hätten, hätten wir diesen Fehler noch kleiner machen können, weil das numerische Integrieren dann einfacher ist für dieses endliche Intervall von minus 100 bis 1 und dasselbe hätten wir also bis 2 machen können. Und jenseits von minus 100 oder plus 100 liegt für alle praktischen Zwecke eigentlich keine Wahrscheinlichkeitsmasse mehr bei der Standard-Normalverteilung. Gut, dann wechseln wir also hier nochmal zurück auf unsere Folien und schauen uns dann noch einen zweiten Aspekt an, neben der Verteilungsfunktion, mit der wir also berechnen können, zu einem vorgegebenen Wert auf der x-Achse die zugehörige Wahrscheinlichkeit. Hier mithilfe der Dichtefunktion visualisiert, hier mithilfe der Verteilungsfunktion, wo ich wirklich beim Wert auf der x-Achse losgehe und dann rüber auf die zugehörige Wahrscheinlichkeit Groß-Vi von x. Könnten wir natürlich auch in der umgekehrten Richtung gehen und wir könnten uns eine Wahrscheinlichkeit vorgeben und zurückschließen auf das zugehörige Quantil. Und die Notation, die wir hier auf den Folien dafür verwenden, ist n-Alpha für das Alpha-Quantil der Standard-Normalverteilung, sprich die Inverse der Verteilungsfunktion ausgewertet beim Wert Alpha. Und auch die hat natürlich keine geschlossene Darstellung, weil auch Groß-Vi von x die Verteilungsfunktion ja keine geschlossene Darstellung hat, die wir jetzt leicht am Taschenrechner ausrechnen können. Also deshalb verwenden wir auch dafür entweder ein Computerprogramm oder gegebenenfalls in manchen Lehrveranstaltungen auch Tabellen. Ich habe hier auf den Folien einige typische Paare von Quantilen, also links von minus 1,282 liegen 10% der Daten bei einer Standard-Normalverteilung, das heißt wegen der Symmetrie der Verteilung liegen links von plus 1,282 90%. Also hier haben wir 10% links, 90% rechts und hier ist es umgekehrt 90% links und 10% rechts. Häufig braucht man auch das 5% und 95% Quantil, das ist plus minus 1,645 oder das 1% und 99% Quantil, das ist plus minus etwa minus 2,33. Auch hier wechsle ich nochmal zurück auf R. Auch R hat dafür natürlich eine besondere Funktion, die Funktion Q-Norm, die dann Quantile der Normalverteilung ausrechnet und wenn wir dann zum Beispiel das 10% Quantil haben wollen, sind das diese minus 1,282, die ich vorher auf den Folien hatte. Und wenn wir mit den Werten von hier oben zum Beispiel nochmal rechnen, wir hatten gesehen, links von der 1 lag bei der Standard-Normalverteilung 84,13 und so weiter. Also wenn wir das hier nochmal ungefähr so dazu angeben, dann kommen wir auch in etwa wieder bei der 1 heraus. Die Tatsache, dass jetzt nicht genau 1 herausgekommen ist, ist, dass ich halt zu früh aufgehört habe bei der Rundung, aber an sich kann ich mit P-Norm und Q-Norm genau vom Quantil zur Wahrscheinlichkeit und von der Wahrscheinlichkeit wieder zurück zum Quantil wechseln. Gut, dann wollen wir als ein erstes einfaches Beispiel uns mal anschauen, wie man damit Sachen ausrechnen kann, die uns in der Praxis vielleicht interessieren. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Rendite eines Portfolios, die jetzt zufällig genau Standard-Normalverteilung ist. Was ist, wenn die eine andere Normalverteilung hat, sehen wir in den nächsten Videos. Aber hier sagen wir mal, die hat Erwartungswert 0 und Varianz 1. Und schreibt dafür symbolisch auch R-N01 für Normalverteilung mit Erwartungswert 0 und Varianz 1. Und die Frage ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Rendite kleiner als 2% ist? Dafür malt man sich am besten so eine kurze Skizze hin, um sich nochmal klarzumachen, was einen interessiert. Wir haben also eine Rendite, die ist symmetrisch um 0 drumherum verteilt. Im Mittel machen wir weder Gewinn noch Verlust. Wir haben aber eine Streuung. An der Hälfte der Tage machen wir Gewinn, an der anderen Hälfte der Tage Verlust. Und uns interessiert jetzt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Rendite kleiner als 2 ist. Also diese Fläche links von der 2. Da muss man also nur Groß-V an der Stelle 2 ausrechnen. In R könnte man das eben machen, indem wir P-Norm von 2 ausrechnen. Oder als zweites, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Verlust größer als 1% ist? Das wäre jetzt also die Wahrscheinlichkeit, links von der Minus 1 zu liegen, sprich die Verteilungsfunktion an der Stelle Minus 1 ausgewertet. Machen wir das einmal für die Wahrscheinlichkeit, eine Rendite kleiner als 2% zu bekommen, haben wir 97,7%. Das heißt, an 97,7% der Fälle sind wir kleiner als 2% Rendite. In den restlichen 2,3% haben wir mehr als 2% Rendite. Genauso oder analog funktioniert die Wahrscheinlichkeit für kleiner Minus 1. Das ist dann also 0,1587, also etwa 15,6%. Und in diesen knapp 16% der Fälle ist der Verlust größer als 1%. In den restlichen Fällen haben wir einen kleineren Verlust oder sogar einen Gewinn. Und wegen der Symmetrie der Verteilung kann ich dieses Groß-V von Minus 1 auch als 1-V von 1 ausrechnen, je nachdem, was da gerade praktisch ist in der jeweiligen Berechnung.